In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man Ebenen in Parameterform aufstellen kann. Bevor wir gleich die vier Situationen bzw. vier Fälle betrachten, macht es durchaus Sinn, dass wir uns erstmal mit der Parametergleichung bzw. Parameterform ein bisschen anfreunden. Hier seht ihr die allgemeine Form einer Parametergleichung, die wir jetzt gleich auseinandernehmen werden. Und wir fangen natürlich von links nach rechts an. Also ganz links steht Groß E, das ist natürlich der Name dieser Ebene E. Dann folgt dieser Vektor X. Vektor X ist der allgemeine Punkt oder ein allgemeiner Punkt in der Ebene. Und es ist einfach nur die Abkürzung für X1, X2 und X3. Also man will ja nicht ständig dieser X1, X2 und X3 hinschreiben, deshalb kürzt man ab mit Vektor X. Dann folgt der Vektor klein p. Der Vektor klein p ist der sogenannte Stützvektor der Ebene, welche Bedeutung er bildlich hat, werden wir gleich sehen. Und dann gibt es noch die zwei Vektoren U und V. Das sind die sogenannten Spannvektoren der Ebene, weil sie die Ebene sozusagen aufspannen. Außerdem gibt es noch die zwei Buchstaben T und S hier. Das sind die sogenannten Parameter. Natürlich sind diese Buchstaben nicht festgenagelt, da kann alles mögliche dafür rein. Und auf die Bedeutung dieser Parameter werde ich an dieser Stelle nicht weiter eingehen, weil sie nicht von Bedeutung sind für diesen Tutorial. Allerdings, wenn bedarf, ein Tutorial zu den Eigenschaften von Ebenenparameterformen, wo auch diese Parameter erklärt sind, findet ihr am Ende dieses Videos im Abspann. Um eine Ebenengleichung aufzustellen, ist es natürlich auch wichtig, sich die Ebene bildlich vorzustellen. Und genau das werden wir jetzt anhand einer Planskizze. Also, das kennen wir. Das ist die allgemeine Gleichung einer Parameterform oder einer Ebenenparameterform. Wenn man sich so eine Ebene im Raum vorstellen möchte, dann muss man dort anfangen, wo alles anfängt, in einem dreidimensionalen Raum. Und zwar im Koordinatenursprung. Hier unten links mit O dargestellt. Übrigens, O steht für das englische Wort Origin. Und dann müssen wir uns in diesem dreidimensionalen Raum natürlich einen Punkt P vorstellen. Der Verbindungsvektor zwischen O und P ist genau unser Stützvektor klein P. Und das ist natürlich, wie ihr sehen könnt oder kennen könnt, ein Ortsvektor. Also ein Verbindungsvektor zwischen Koordinatenursprung und irgendeinem Punkt in Raum. Und auch wenn dieser Kleinvektor P eigentlich ein Ortsvektor darstellt, ist es trotzdem empfehlenswert, sich den Stützvektor immer als so eine Art Stützpunkt vorzustellen. Also als ein Punkt P, was die Lage der Ebene im Raum festlegt. Also einfach so als eine Art Anker für die Ebene. Außerdem haben wir noch die zwei Spannvektoren U und V. Wie der Name schon sagt, spannen sie sozusagen die Ebene auf. Also können wir uns die Ebene vereinfacht auch so vorstellen. Natürlich ist das nur eine abstrakte Darstellung. Eine Ebene ist in Wirklichkeit unendlich groß. Nachdem wir jetzt den Aufbau der Parametergleichung angeschaut haben und uns diese Gleichung auch bildlich vorstellen können, ist es eine Zeit, mit dem ersten Fall oder der ersten Situation loszulegen. Das ist natürlich auch der Fall, der am häufigsten bei den Beispielaufgaben vertreten ist. Und zwar, wenn drei Punkte gegeben sind. Damit jetzt das Ganze nicht so trocken ist, werden wir alle diese Fälle anhand von Beispielaufgaben bearbeiten. Und das wäre jetzt hier die passende Beispielaufgabe. Ich überfliege kurz die Aufgabenstellung. Gegeben sind die drei Punkte A, B und C, die nicht auf einer Gerade liegen. Stelle eine Ebenengleichung auf. Bevor wir jetzt mit Hilfe dieser drei Punkte eine Ebenengleichung aufstellen, werden wir uns natürlich versuchen, das Ganze bildlich vorzustellen. Also, das sind drei Punkte im Raum A, B und C, die nicht auf einer Gerade liegen. Als erstes brauchen wir für unsere Ebene einen Stützvektor. Und da habt ihr die Qual der Wahl. Ihr könnt jeder dieser Punkte als Stützvektor sozusagen wählen. Ich werde mich jetzt allerdings für Punkt A entscheiden. Deshalb wird jetzt auch mit Rot hier an dieser Stelle, so wie vorher, markiert. Außerdem brauchen wir noch zwei Spannvektoren. An dieser Stelle müssen wir einfach die Verbindungsvektoren einmal zwischen A und B bilden, also dem Vektor A, B und einmal zwischen A und C, also dem Vektor A, C. Und damit hätten wir alles, was wir brauchen, um die Ebenengleichung aufzustellen. Und genau das machen wir jetzt auch schriftlich hier auf der linken Seite. Also, ich fange so wie vorher an. Erstmal Ebene E. Vektor X ist gleich. Und als erstes brauchen wir einen Stützvektor. Das ist der Ortsvektor zu A. Also, kurz gesagt, A minus 0, 0, 0. Wir schreiben nur A als Vektor hin. 2, minus 3 und 1. Dann nehmen wir irgendeinen Parameter, zum Beispiel S, und brauchen jetzt den ersten Spannvektor. Da haben wir vorher gesagt, wir nehmen A, B. Also, das bedeutet, wir rechnen B minus A. Minus 1, minus 2 sind natürlich minus 3. Dann 4, minus minus 3 sind 7. Und 2, minus 1 ist 1. Und zum Schluss noch unser zweiter Spannvektor. Das wird dann der Vektor AC sein. Das bedeutet C minus A. 5, minus 2 sind 3. 2, minus minus 3 sind 5 natürlich. Und minus 3, minus 1 ist minus 4. Und das wäre dann die Ebenengleichung. Die zweite Situation entsteht, wenn eine Gerade und ein Punkt gegeben sind. Und auch hier eine kurze Aufgabenstellung. Gegeben sind eine Gerade G und ein Punkt A, was nicht auf G liegt. Stelle eine Ebenengleichung auf. Auch das versuchen wir uns erstmal bittlich vorzustellen. Hier ist die Gerade G als ein blauer Strich in der Landschaft. Und hier haben wir unser Punkt A. Vom Aufbau her müssen wir uns die Gerade G ebenfalls vorstellen können. Also der erste Vektor zur Erinnerung ist wieder ein Stützvektor für diese Geraden. Das bezeichne ich jetzt als Punkt P. Und der Richtungsvektor der Geraden können wir uns auch hier auf der Gerade mit grün vorstellen als Richtungsvektor U. Daraus möchten wir natürlich wieder eine Ebenengleichung aufstellen. Auch für die Ebene brauchen wir ein Stützvektor und zwei Spannvektoren. Naja, bildlich hat man vielleicht ein bisschen Auswahl. Also man könnte entweder den Punkt P als Stützvektor nehmen oder den Punkt A. Aber im praktischen Sinne ist es besser, wenn ihr immer diesen Stützvektor der Geraden auch als Stützvektor für die Ebene auswählt. Also wir starten mit P. Und den ersten Richtungsvektor oder Spannvektor für unsere Ebene hätten wir schon durch diesen grünen Vektor U. Was wir noch brauchen ist einen zweiten Spannvektor. Und ich denke mir, dass jeder von euch erkennen kann, dass nur der Vektor P A in diesem Fall Sinn machen würde. Also, wir bilden an dieser Stelle diesen Vektor P A und damit hätten wir auch unsere Ebene festgelegt. Und das mache ich jetzt natürlich auch rechnerisch auf der linken Seite. Also wir fangen wieder mit E Doppelpunkt. Vektor X ist gleich. Wie bereits besprochen, als Stützvektor nehmen wir den Stützvektor der Geraden, dieser 1, minus 2 und 0. Also wir hätten als erstes dann 1, minus 2 und 0. Dann ebenfalls von der Geraden geklaut kommt auch noch der erste Spannvektor. Also 2, 5 und 1. Das wäre dieser grüne Vektor U hier. Also 2, 5 und 1. Und zum Schluss müssen wir noch diesen Vektor P A bilden. Das bedeutet, wir rechnen sozusagen A minus P. Also nicht vergessen, P ist hier, dieser Vektor. Und dann können wir sie voneinander abziehen. 2 minus 1 ist natürlich 1. Minus 3, minus minus 2 ist minus 1. Und 1 minus 0 ist ebenfalls 1. Und damit hätten wir auch diese Ebenengleichung. Die dritte Situation entsteht, wenn sich zwei Geraden schneiden. Und auch hier eine kurze Aufgabenstellung. Gegeben sind zwei Geraden G und H, die sich schneiden. Stelle eine Ebenengleichung auf. Auch hier versuchen wir das Ganze erstmal bildlich zu verstehen. Also wir haben hier zwei Geraden G und H, die sich schneiden. Und natürlich wäre das hier mit Grau dargestellt, deren Schnittpunkt. Vom Aufbau her müssen wir uns die Geraden auch richtig vorstellen. Das heißt, die Gerade G besitzt ein Stütz- und ein Richtungsvektor. Hier mit Punkt P als Stützpunkt und Richtungsvektor U dargestellt. Und das gleiche hat auch H. Stützvektor von H habe ich jetzt als Q bezeichnet und Richtungsvektor von H als V. Aus diesem Überfluss an Informationen brauchen wir erstmal wieder einen Punkt, mit dem wir einen Stützvektor bilden. Und dann habt ihr die Qual der Wahl. In erster Reihe könnt ihr natürlich S nehmen, also diesen Schnittpunkt. Aber, wenn ihr diesen Schnittpunkt noch nicht habt, ist das nicht so empfehlenswert, weil, zur Erinnerung, den Schnittpunkt zweier Geraden zu bestimmen, bedeutet, die Geraden gleichzusetzen und ein kleines LGS zu lösen. Das klaut Zeit. Stattdessen könnt ihr ein bisschen schlauer denken und eine dieser anderen zwei Stützvektoren wählen, also entweder P oder Q. Es ist völlig egal, welche dieser beiden Vektoren ihr wählt. Und ich glaube, die Spannvektoren der Ebene sind eigentlich bildlich schon sehr gut erkennbar. Das sind natürlich die Richtungsvektoren der beiden Geraden O und V. Und dadurch hätten wir wieder schon unsere Ebene, die ich jetzt ausschriftlich natürlich auf der linken Seite aufstellen werde. Also, E Doppelpunkt Vektor X mal wieder. Als Stützvektor entscheide ich mich jetzt für P. Also, das ist der Stützvektor der Geraden G. Entsprechend dann 1, minus 2 und 0. Und dann plus D mal unser erster Richtungsvektor. Das ist der Richtungsvektor der Geraden G. Also, haben wir dann 2, 5 und 1. Und dann plus S mal der Richtungsvektor von H. Das ist dann entsprechend 1, 2 und minus 2. Und das wäre dann wieder die Ebenengleichung. Die letzte Situation entsteht, wenn 2 Geraden parallel sind. Und auch hier eine kurze Aufgabenstellung. Gegeben sind 2 parallele Geraden G und H, die nicht identisch sind. Stelle eine Ebenengleichung auf. Auch diese 2 parallele Geraden werden wir uns natürlich versuchen erstmal bildlich vorzustellen. Nicht kompliziert. Also, das ist die Gerade G und H. Und natürlich auch hier der Aufbau mit Stütz- und Richtungsvektor. Das heißt, bei Geraden G wäre P unser Stützpunkt jetzt. Und der Richtungsvektor wäre dieser Vektor U. Und bei der Geraden H können wir uns den Stütz- und Richtungsvektor mit Q und erneut Vektor U vorstellen. Wieso erneut Vektor U? Wenn ihr jetzt die Richtungsvektoren dieser beiden Geraden betrachtet, weil die Geraden parallel sind, sind diese Richtungsvektoren vielfache oder kollinear. Also, wenn der eine 2, minus 5, 1 ist, ist der andere minus 4, 10, minus 2. Also, ihr merkt, wenn ihr den ersten Richtungsvektor mal minus 2 nehmt, dann kriegt ihr den zweiten Richtungsvektor. Das heißt bildlich, dass diese zwei Vektoren einfach in die gleiche Richtung zeigen. So wie hier unten dargestellt. Okay, für die Ebene brauchen wir wieder ein Stützvektor in erster Reihe. Und da hat man wieder die Wahl. Man kann entweder sozusagen Punkt P oder Punkt Q als Stützvektor oder Stützpunkt wählen. Ich habe mich jetzt für P entschieden. Also, das ist der Stützvektor oder OP wäre der Stützvektor der ersten Geraden. Als erster Spannvektor für unsere Ebene können wir natürlich diesen Vektor U nehmen. Und ich beziehe mich jetzt bildlich auf den grünen. Und wir brauchen noch einen zweiten Spannvektor, der die Ebene aufspannt. Und ich hoffe, dass jeder auf die Idee kommt, an dieser Stelle diesen Vektor PQ zu bilden. Also bilden wir an dieser Stelle diesen Vektor PQ und damit können wir auch die Ebene aufspannen. Das Ganze jetzt noch rechnerisch auf der linken Seite. Also E Doppelpunkt Vektor X. Wie ihr mitbekommen habt, klauen wir eigentlich komplett die erste Geradengleichung mit Stütz- und Richtungsvektor. Das wäre dann unser P und Vektor U. Und das schreibe ich auch hier ab an dieser Stelle. Also 1, minus 2 und 0. Plus D mal. Und dann der erste Richtungsvektor. 2, minus 5 und 1. Und dann müssen wir nur noch diesen Vektor PQ bilden. Also P und Q, das wäre so vereinfacht gesehen Punkt P. Oder der Ortsvektor zu P. Und das wäre der Ortsvektor zu Q. Wir rechnen jetzt einfach mal Q minus P. 1, minus 1 ist 0. 3, minus, minus 2 sind entsprechend 5. Und 5, minus 0 sind wiederum 5. Also das wäre dann die fertige Ebenengleichung. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Wenn ihr diese Ebenen vollständig verstehen wollt, dann macht es durchaus Sinn, dass ihr euch auch noch die Eigenschaften von Ebenenparameterformen anschaut. Könnt ihr auch die wirkliche Bedeutung dieser zwei Parameter verstehen. Außerdem gibt es natürlich auch noch Ebenen in anderen Formen wie in normalen Formen oder Koordinatenformen. Deshalb ist es wichtig, dass ihr auch die Umformungen oder Umwandungen von der einen oder anderen Formen beherrscht. Einmal von Parametern in normalen und Koordinatenformen, aber natürlich auch die Rückwärtsrichtung von Koordinaten in normalen oder Parameterformen. Wenn bedarf Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, ein Like, ein nettes Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann könnt ihr meinen Kanal trotzdem abonnieren. Wer weiß, vielleicht gefällt euch mein nächstes Video.